Mach du. Ja, das ist immer besser, wenn der ist, der von uns beiden weiter vorne steht. Ja. Wenn wir beide gleich auf derselben Höhe sind, dann müssen wir uns halt absprechen vorher. Und Mats hat geschrieben, das Internet immer noch nicht geht. Ich hab's auch gerade gelesen. Irgendwie überrascht's mich nicht. Nee, der Truck ist irgendwie ein bisschen verhext. Oh fuck, falsch rum. Ich seh nix. Wo ist denn der Ball? Da, so. Schön. Guck mal so, die sind sehr bemüht. Ja, bei denen ist das genauso wie bei uns. Einer, der verdammt gut ist. Das ist The Legend. Glaub ich. Und einer, der halt ein Anfänger ist, so wie ich. Das ist halt bei uns genau dasselbe Konstellation. Und das merkst du halt. Der eine ist hinterher, der weiß genau, wie er fährt. Wär's halt wenigstens fair. Ne? Ist so vertält, was passiert. Oh nein. Aus. Gl Táarsch. Guck mal in der Mitte. Lauch in der Mitte! Ja aber nicht ganz da drüben. Ja, das wär auch so. Ich hab ja nur geblockt. Alles gut. Klau so, fällt. Ah, wieder daneben. Oh, Scharf. Oh, Trost leer, Trost leer, gut. Richtig. Wollte ich zwar nicht. Ja, es war schon richtig. Genau richtig. Wenn es uns zu gefährlich wäre, was wir machen könnten. Ja, es war aus Versehen gewesen, aber eigentlich. So wie das? Ja, es war gut, der. Der war gut. Oh, der Ghost ist der, der, nee, der Ghost muss der sein, der besser ist. Das ist der Letzten, der der Anfänger. Irgendwie so, keine Ahnung. Was macht der denn? Der ist einfach weggeflogen. Ja, ich glaube der Ghost, ich glaube der Ghost ist der besser. Da kommt mit der. Oh, du bist wer bei mir? Ich war gerade mit bei dir. Ja, den habe ich auch gerade mitbekommen. Oh, ich bin wieder vor. Musste sein, tut mir leid. Das war nicht geplant. Oh nein, ich treffe mich. Mensch, lass doch mal die Vorlage. Die kommt doch perfekt an. Alles gut. Der Mate von ihm ist gerade ein bisschen AFK. Ghost? Oh ja. Da ist er wieder da. Puh, das ist ein cooler Ver- Wow, das ist cool. Komm, der ist schlecht. Der auch, der. Jaja, das meine ich ja. Das sah richtig gut aus. Das ist cool. Das ist nice. Das hat dich mal auf positioniert gebracht, ne? Wir schlägen den Ball vor. Für wen? Für den gerade. Ich habe ihn ja auch schon auf unser Tor gebracht. Hab ihn. Da geht's lang. Der ist? Kommt er? Egal. Na gut, na gut, na gut, na gut. War das schon? Ja. Man kann nicht immer gewinnen. Nee, leider nicht, leider nicht. The Ghost hat das Spiel verlassen. Ja. Oh, er ist auf Eis. Oh, die fahren im Team. Die Arena ist neu, oder? Ich glaube, die gibt's schon länger, aber noch nicht so lange. Die haben sie jedenfalls noch nie gespielt. Ja, es gibt einige Arenen, also... Es ist ja immer Zufall, welche Arena kommt. Ja. Seit wir spielen die privates Spiele, können wir das ja auch entscheiden. Das haben wir auch schon lange nicht mehr. Dennis? Ah, Mist. Ja, oder? Schön umgedreht, auf jeden Fall. Alter, wie schnell der Typ windet. Mensch, der war doch perfekt auf mich. Und natürlich unten durch. Jedes Mal. Das spricht doch von uns beiden. Das ist doch richtig. Wir haben doch gut gewechselt. Nix da. Und wieder vorbei. Oh Gott, das ist ja so bitter. Der abprallt. Oh. Äh, Dennis? Ja, ich wusste jetzt nicht, wo der zweite von denen ist. Was ist das schön? Die waren beide dann zum Schluss da drüben. Ja, dann hast du dich schon fast. Dann warst du zu spät. Das hätt ich nicht mal so machen können, ne? In de Mitte. Jawohl. Das hätt ich nicht mal so machen können, das ist gut, den da zu spielen. Oh der ist ganz eklig Oh schade Nein Die kommen nicht höher gekommen Oh der war gut Ah Ich hatte nicht erwartet dass der dem direkt wieder vor die Füße rollt in dem Augenblick Der hat ja direkt nur an der Wand lang gespielt und reingedrückt Ok komm Der ist jetzt direkt vom Anschluss ins Tor Jawohl Ok bin dabei Ok es war nicht dunkel Ne ich kann so Ernsthaft Direkt vom Anstoß ins Tor Und wo kam der denn jetzt Weil wie derjenige so schnell da hochkommt und den so perfekte Wicht Alter die macht doch nichts anderes Nicht nur dass er so schnell hochkommt Sondern auch nie Also die Art wie das Auto dabei dreht Nein aber ich würde sagen Derjenige macht doch nichts anderes Das ist am Limeling also Rocket League gezockt Habe ich das Gefühl Ja der Typ ist auf jeden Fall schon mal nicht so schlecht Also definitiv weit 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 von deinem Niveau entfernt Ja sowieso Aber bezogen auf das Gamerige Niveau ja Natürlich auf Naja nichts anderes Vor allem Vor allem wir haben die die ganze Zeit halten könnt Und dann auf einmal Haben die drei Tore hintereinander Ich dachte wir kommen zum Golden Goal Das hätte sich jetzt im Rat Also die Controller bei denen übernommen Ja so Und jetzt auch gleich so Ja das war so wirklich so Zack 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 Guck Das ist einer von diesen Toxic Kids Ja die können die gesamte so einen Knopf drücken So ist das so Weil zu dritt ist nämlich schwierig Ne 2-2 haben wir gespielt Genau Was ich halt geil fand war das man mit dem Ball immer automatisch aufs Tor fliegt Der immer schneller wurde Ja Oh ja Das war ne cooler Modi Ups sorry Alles gut Ja das gibt's Also im privaten Spiel gibt's das auch noch Also was nur mit Freunden spielt Gegner war Deswegen war das ganz cool Einfach hier vier Leute Und dann 2-2 Und dann die ganze Zeit so Das macht dann mehr Laune Das macht ja Auch gegen Fremde Ja Das ist halt ein Spiel Was zu viel oder drüber nicht viel Sinn ergibt Wenn man das so will Ist das grad eine Einspielung auf ein Gespräch Was wir demnächst spielen wollten? Ich weiß nicht Ich weiß nicht Vielleicht demnächst ja Das kann man jetzt Das kann man jetzt so sehen Ne also Ich bin daneben Ja gut Ich stand da was scheiße dafür Und rein Ach schade Ich hätte gehofft das klappt Das passiert das klappt Weil du öfter als du denkst Das war glaub ich grad Zufall Ja ich schreib's mir direkt zu So bin wieder in der Mitte Och da hat er mich weggeschubst Ach man Oh man Oh man Oh man Zu weit Ich spiel so weiter Und Tor Ich wollte dich an dir nach links legen Dann hab ich auch gemerkt Dass ich viel zu weit vorne bin Schon dadurch Alles gut Ich wurde grad zerstört beim Anfahrts zu dir Ok Wurde hier hinten grade Während ich mich bereit gemacht hatte ich dann schon Hat mich dann drittze kaputt gemacht Dann machst du doch mal nicht so verkehrt Ne ne alles gut Oh man Warum erwische ich die nie? Ja, dezent. Aber so zauber, beide drüber. Der trifft dann ein Danach auf dem Kopf stehende. Der trifft dann. Ja, das ist gut. Aha, geblockt. Alter, ich seh bloß, wie der von hinten angeflogen kommt. Entschuldigung, ich hab dich zu spät gesehen. Es war auch zu spät, wo ich dich gesehen hab. Nein, der war so perfekt. Der wär wirklich perfekt. Ich versteh's nicht, warum ich diesen Scheiß-Ball nicht treffe. Ja, das ist nicht so einfach das Abschätzen. Wenn man das Spiel echt nicht groß spielt, ist das schwierig. Ja, ne, weil ich hab immer das Gefühl, ich treff ihn. Aber ich fließe da unten durch oder bin zu hoch oder zu niedrig. Alter. Uh! Goal, ein Goal! Schade. Gott sei Dank. Was? Ah ne, ich stand 2-1. Ne, 3-1 dachte ich, oder? 3-1? Doch, 3-1. Ich versuche nicht mehr. 3-1. Nur ausreichend. Nur dieselben. Ja. Ich auch nicht, dass der drüber springt. Ich hab nicht erwartet, dass der drüber springt. Mach du. So, beide. Da kommen beide. Und den hab ich zerstört. Ja, eine von den beiden. Aber jetzt kannst du den nicht zerstören. Dann hab ich die auch wahrscheinlich weggeschubst. Ne, ich war auch mit dabei auf jeden Fall, ja. Ich bin hier einfach bloß reingesprungen, oder? Ja, ich auch. Ich bin auch einfach auf mein Glück reingehen. Auversicht. Ja, 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 mach doch hier rein. Ja, wunderbar. Das kann doch nicht sein. Ich habe doch auf den Ball gezielt. Er kommt ganz geregt und ich war dran vorbei. Ja, aber trotzdem war ich doch voll auf den Ball. Und wieder drunter. Mist. Du hättest ein bisschen nach links lenken sollen. Ja, kann man aber in der Gegendigkeit nicht mehr sehen. Dein Auto ist kaputt. Jawoll. Ja, du kriegst ein neues Auto. 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 Ja. 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 Ja, du kriegst ein neues Auto. Ja, du kriegst ein neues Auto. Ja, du kriegst ein neues Auto. Ja. 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 spiel tag du sollst den scheiß ding spielen vor wahrscheinlich steckt doch das fifa zu mir zu sehr bei mir drin dass ich dann button drücke zum schießen dadurch halt was anderes passiert und alles in der schuss könnte ich mir fast vorstellen nein die sind halt eiskalt sie sind halt gut du hast halt jemanden im team der ist halt nicht so gut ja aber kommen wir wie oft haben wir das spiel gespielt nicht so oft eigentlich aber trotzdem nicht sehr regelmäßig dazu schade ich dachte ich krieg mir heute mein erstes tor mal Oh, come on. Oh, come on.